Liebe Fahrgäste, willkommen im Hurricane. Bitte nehmen Sie eine aufrichte Sintposition ein und legen Sie Ihren Kopf nach hinten gegen die Kopfschütze. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt im Hurricane. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt im Hurricane. Bewohner, Bewohner, hört mir zu. Genau jetzt startet eine neue Challenge, an der jeder von euch teilnehmen muss. Ihr habt nur begrenzt Zeit. Wer sich widersetzt, wird hart bestraft. Die Challenge beginnt. Hebe jetzt alle die Hände nach oben und plasch im Takt. Los geht's. Alter. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.